moin moin und viel spaß bei einer neuen folge auf der old streams map so gleich haben wir auf jeden fall genug geld zusammen dann können wir uns mal einen schwader kaufen und da gehen wir auf das feld ich weiß gar nicht sechs ist das naja genau aus feld 6 und werden das ganze stroh was darum liegt zusammen schwaren vorher muss ich aber noch den anhänger hier immer weg bringen und auch wieder zum hof zurück bringen weil es bringt ja nichts wenn ich dann am jetzt vom händler oder vom vom schatterstock zum händler fahren dort den anhänger stehen lasse obwohl das geht nicht ich dachte gerade vielleicht würde es ja gehen dass ich den schwader an den normalen anhänger ranhängen aber das geht glaube ich gar nicht die dd so da vorne noch nicht rein also für in ansichten fahren ist die echt cool die märme sie ist halt klein von den feldern her von der feldarbeit von so auf die felder machen kann das ist ich weiß es nicht ich bin mal gespannt wie die ich werde sie mir im ls 17 auf jeden fall auch angucken die karte definitiv wenn sie rauskommt mal gucken was sie da so was sie also verbessern und ja aber ich denke mal ich bin mir noch gar nicht sicher welche karte ich verletzt plane werde habe ich die snosnovka oder diese irgendwie die amerikanische nehmen ich glaube ich werde sie mir beide den dienstag angucken wenn das spiel rauskommt ich werde ja dienstag noch nichts noch nichts machen also ich werde nicht nicht live streamen oder so das wird wahrscheinlich erst am mittwoch passieren bei mir ich finde wahrscheinlich erst mittwochs online kommen und dann erst den ersten stream hinlegen mal gucken vielleicht auch schon morgens ich bin mir nicht sicher vielleicht morgens und mittags vielleicht mache ich den mittwoch frei mal gucken ich bin mir da was werdet ihr denn aber rechtzeitig erfahren wie gehypt ich denn tatsächlich bin die tag kurz die tage vorher so dürfen wir hinter dem hier hinterher eier oder kann noch einer ob schnell rausziehen schnell rausziehen noch schnell den anhänger mal vor die vor die motorhaube drücken so kommst du da vorne mal ein bisschen außen quark bitte naja vielleicht kommen wir ja irgendwann mal an hoffentlich oh der hatte gleich die zuckung gehabt gerade da vorne der kollege glaube ich für den anhänger da vorne ins carport reinstellen stellen wir da vorne rein wie komme ich denn am besten kann ich hier drehen auf dem hof ohne 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 irgendwo hängen zu bleiben also gerade so ne ist der anhänger hinter mir oh ja der anhänger sieht einigermaßen gut aus dann wollen wir mal gucken dass wir den da auch reingedrückt kriegen ich glaube ich werde jetzt gerade auf den pfeiler zu fahren ich glaube ich fahre da jetzt fahre ich glaube ich gerade an den pfeiler vorbei kann das sein einigermaßen gut müsste das aussehen ja 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 doch das kann man das kann man fast so nehmen das kann man fast so lassen ja sehr schön das sieht doch das müssen wir uns noch mal angucken ganz kurz ob das wirklich oh ja doch 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 das sieht das sieht sehr gut aus gibt eingepackt aus sehr sehr schön so dann wollen wir uns mal den schwad erholen das schwad gerät abholen beim händler ich habe ihm schon bescheid gesagt er soll mal einen bestellen mal gucken ob er dann auch angekommen ist äh lass uns doch mal ganz kurz in den katalog schauen wie das ding aussehen soll genau so soll es aussehen alles klar wollen wir mal hinfahren ob das schon da ist 17.000 siehst du 17.000 wurden gerade abgebucht das heißt äh ja es müsste schon da sein die frage ist soll ich gleich mal soll ich das ganze gleich mal schwaden ich glaube ich werde mal selber schwaden eine runde mal schauen wie das aussieht mal gucken wie das aussieht wenn ich das selber mache oh guck mal da ist das schwad gerät sehr schön ah perfekte qualität so wie ich das von meinem händler gewohnt bin perfekte qualität so einmal vorwärtsgang rein und ab geht die wilde Luzzi die... schön bisschen Stroh sparen da kriegen wir auch wieder ordentlich geld zusammen und ich weiß ich glaub man macht es ja doch doch ich hab ich habe meine zeit lang gedacht man macht es nicht weil mir das nicht gesagt hat dass man es nicht macht aber mittlerweile wurde mir ja gesagt dass man es doch macht und das andere es auch machen. Also machen wir es auch. Also es ist legit. Alles legit, was wir hier machen. Sehr schön. Ist tatsächlich nicht... Also ich glaube, das wäre tatsächlich eine sehr, sehr geile Karte für so einen kleinen Zweier-Multiplayer. Nichts großartig. Also so ein bisschen halt hier rumbasteln. Vielleicht die normalen Helfer immer dabei haben. Gar nicht so großartig CP. Wo ist denn... Ach, das ist das, die Zufahrt. Fuck. Die habe ich verpasst. Die Zufahrt habe ich verpasst. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das aufklappen können. Ich glaube, wenn ich in der Mitte... Wenn ich immer in der Mitte fahre... Von einem so einen... Oder ich fahre in der Außenseinsicht. Bin mir noch nicht so sicher. Einmal das senken. Einmal den Schwader anschmeißen. Und dann geht das erstmal los hier. Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen in der Außenansicht fahren. Weil... Dann sehe ich mehr. Ich möchte nämlich ungern, so wie es jetzt gerade eben da passiert ist, so viel liegen lassen, wenn ich schon selber fahre. Wenn CP fahren würde und so viel liegen lässt, dann ist es ja eine Sache. Aber wenn ich selber fahre, dann muss das ja auch alles... Alles... Alles schier sein. Dann muss das ja alles Schiko sein. Wobei ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich kann so fahren. Somit müsste das auch gehen. Naja, es geht irgendwie nicht. Jetzt müssen wir mal hier hinten nochmal raus... Eiern. Ich hoffe, dass ich die letzte Ecke da mitkriege. Oh ja, das passt. Oh. Dieses hat gepasst. Die letzte Ecke da hinten. Oh, auch alles mitgenommen. Sehr schön. So muss es doch sein. Für normal müsste ich jetzt schon den Ladewagen holen. Dass ich immer mal wieder so zwischendurch ein bisschen geschwadet. Und dann holen wir den Ladewagen. Laden schnell was auf. Dann wieder ein bisschen schwaden. Ich habe ja halt nur einen Schlepper momentan. Ein Trecker ist ja nur da. Mehr haben wir ja gerade nicht. Weil ich mir ja nicht mehr... Also ich möchte mir ja tatsächlich auch nichts mehr leihen. Großartig. Weil ich fand es auch das letzte Mal ein bisschen übertrieben mit... Die großen Krone geliehen. Und dann hier ein Anhänger. Da ein Anhänger. Das war schon sehr, sehr viel. Es war gut, um voranzukommen. Aber letztendlich... Naja. Mir hat es auch nicht so hundertprozentig gefallen. Es ist halt... Der Meet-Mod ist schon sehr, sehr OP. Auch wenn er realistisch ist. Dass man sich Sachen ausleiht beim Lohnunternehmer. Oder, oder, oder. Dennoch ist es sehr, sehr... Sehr OP. Also overpowered. Sich so viel ausleihen zu können. Für so geringes Geld. Die, die. So. Ich schaue das hier aus. Da nehmen wir auch noch ein bisschen was mit. Das Gute ist jetzt ja dadurch, dass es so schön zusammengeschwadet ist. Du dürftest gleich beim Sammeln... Einigermaßen schnell gehen. Oh, meine Musik auf den Ohren. Tut mir leid. Ich vergaß. Das ist so eine kleine Angewohnheit aus dem Livestream. Da hört ihr das ja auch immer alle mit, wenn ich Musik höre und dann so ein bisschen vor mir hertrellere. Da ist es ja... Da ist es dann ja ganz, ganz normal. So, ich fahre hier einmal raus. Ziehe das nochmal ein bisschen zusammen anständig. Dann machen wir das mal hoch. Die Schwader-Arme. Oh, 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 oh. Nicht zu sehr verdrehen. So ein Schwader, so ein Kuhn-Schwader, habe ich übrigens schon mal gesehen im Real Life. Zwar jetzt nicht im Einsatz, aber wie er auf dem Bauernhof stand, auf dem Hof stand. Die sind schon ganz schön riesig, die Teile. Das mag ich mir gar nicht so vorstellen. Also, weil ich es halt nicht nur aus dem Spiel kann. Und hier ist es halt immer alles so groß. Also, ne. Eigentlich gar nicht groß. So. Eigentlich hätte ich ja, äh... Eigentlich hätte ich die Äußeren nur einmal... Ach, eigentlich... Eigentlich hätte ich ja den Äußeren nur einmal ganz kurz in die, äh... zusammenschwaren müssen. Und jetzt... Und die restlichen Bahnen eigentlich von oben nach unten machen müssen, ne. Fällt mir gerade so auf. Das wäre ja eigentlich viel schöner gewesen. So wie das CP ja normalerweise auch macht. Jetzt fahre ich ja die ganze Zeit im Kreis hier. Die, 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 die... Naja. So, mal gucken. Dann ziehen wir jetzt... Haben wir jetzt gleich noch einmal eine Bahn, die wir noch hoch müssen. Und dann hat sich das, glaube ich, auch erledigt. Zack. Die, 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 die... So. Dann mal das nochmal absenken. Oder hier absenken. Die Mitte nochmal entlangziehen. Und dann haben wir... Das ganze Feld auch zusammengeschwadelt. Und das hat noch nicht mal drei Folgen gedauert. Krass. Und der Schwader gehört mir. So. Zack. Dann können wir das ganze Ding mal hochklappen. Und dann kommt der, kommt der erstmal beiseite. Der Schwader. Weil ich glaube, für mehr brauche ich den jetzt auch nicht, ne. Wir haben, glaube ich, jetzt alles zusammengeschwadelt. Was ich irgendwie zusammenschwaden könnte. Ich glaube, mehr, mehr liegt auch nicht rum. Auf den Feldern. Vielleicht haben wir noch Glück. Und haben später noch genug Geld, dass wir uns ein neues Feld kaufen oder so. Oder ich werde einfach noch ein bisschen düngen fahren oder so. Mal schauen, was sich noch ergibt gleich. Erstmal habe ich jetzt... Oh, ich will mal gucken, ob ich den überhaupt hier unterkriege. Das könnte nämlich sein, dass der gar nicht da unterpasst, ne. Ich habe mich gerade verlängt, merke ich. Die, die, die... Ah... So. Vielleicht passt das. Aber ich glaube, dass das nicht passt, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Passt das da drunter? Oh, das würde gerade so passen, ne. So, wie das aussieht. Krass, warte mal. Ich muss mal von außen gucken, sonst... Sonst sehe ich das nicht richtig. Und ich muss vor allen Dingen... Ja, es ist gerade so unter die Dachrinne, unter der Dachrinne durch. Oh, das war aber... Das war knapp. Aber es passt. Es passt. Und dann ist gut. So, dann holen wir uns jetzt mal einen Ladewagen. Oh, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht bestellt. Pass mal auf, wir müssen mal... Wo ist der Ladewagen? Da. Den müssen wir mal schnell bestellen. Zack. Vielleicht haben wir Glück und der ist gleich schon beim Händler. Oh, abgebucht hat er schon. Abgebucht hat der Händler schon. Vielleicht können wir uns auch noch einen größeren Anhänger leisten. Sehe ich gerade. 21.000, 22.000 auf dem Konto. Wenn wir uns natürlich einen größeren Anhänger noch leisten könnten, könnten wir uns so einen Agro-Liner-Kost kaufen. So einen kleinen grün. Und damit dann nochmal so ein, zwei Touren Weizen wegfahren. Gerade, dass es jetzt gleich 17 Uhr ist. Und wenn es dann 17 Uhr ist... Wie viel kostet denn so ein Agro-Liner? Ah, der kostet 24, ne? Müssten wir... Mal gucken, vielleicht habe ich das nach zwei Touren Stroh wieder drin, das Geld. Und dann könnten wir uns ein bisschen... Dann könnten wir uns... Dann könnten wir uns schön... Ja, ein bisschen Weizen verkaufen. Vielleicht ist auch der Preis mit dabei dann hochgegangen. Dass wir einen besseren Preis bekommen. Sogar noch. Man weiß es ja nicht. Passt du es? Ja. Zack. Komm ich damit hier rum, wenn ich jetzt so rausfahre? Na, ich fahre hier rum. Ich fahre einmal um den Teich. Wir fahren einmal um den Teich. Auch wenn das vielleicht ein bisschen länger dauert. Obwohl, ich kann hier auch beim Händler durchfahren. Pass mal auf, wir fahren hier beim Händler durch. Dann brauche ich nicht einmal ganz komplett um den Teich fahren. So, hier hätten wir es ja eigentlich auch im Strohverkauf. Das ist schon echt cool, ne? Das ist doch die Verkaufsstelle von der Snosnovka, oder? Also, mal ganz ehrlich, oder? Das ist doch die Verkaufsstelle von der anderen Standardmap. Wenn man sich das mal so anguckt. Ist mir letztes Mal aufgefallen, als ich auf der Snosnovka gespielt habe. Dass das sehr, sehr, sehr viel Ähnlichkeit damit hat. Wenn das nicht sogar genau das Gebäude ist. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Aber es sieht schon sehr danach aus. Zack. Einmal hier rüber geheizt. Achso, dann müssen wir ja gleich anfangen. Ich glaube, ich nehme gleich erstmal die äußere Spur. Dann müssen wir da so ein bisschen auch unten rumfahren. Da liegt ja auch ein bisschen was nochmal außerhalb des Feldrandes. Da müssen wir mal schauen, dass wir das alles sauber reinziehen. Zack. Ich freue mich darauf. Heute Abend, also heute, wo ich das aufnehme, nehmen wir mal wieder Trucker Talk auf. Genau. Da wird ein Gast von dem Chaotix Gaming dabei sein. Da freue ich mich so richtig drauf. Die Jungs habe ich ja auch schon ein, zwei Mal empfohlen. Also, das freut mich, dass wir jetzt sowas zusammen machen. Also, dass wir zusammen aufnehmen quasi. Das freut mich echt unheimlich. Di, di, di. Wollen wir uns über Hardware unterhalten? Vielleicht kommt auch die Folge morgen schon raus. Weil das hier wird wahrscheinlich die Dienstagsfolge sein. Und vielleicht schaffen wir das tatsächlich diesmal, dass wir auch bis Mittwoch die Folge raushauen können. Mal schauen. So, meine Freunde. Das war es auch leider schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir dann einen Daumen nach oben da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye.